Musik Der Grund heute war es, das erste Mal zu testen auch, dass wir in einer öffentlichen Veranstaltung viele Bürger erreichen, mit Argumenten, mit Botschaften von Experten. Ja, Professor Fahrenholt ist kein unbekannter Umweltsenator ade, ein Greenpeace-Gründer und ein ehemaliger Wirtschaftsminister. Wir wissen, glaube ich, schon so ein bisschen und können das einschätzen, was hier gerade passiert mit der Energiewende und als wirtschaftliche Folge auch passieren kann dann sozusagen mit der Region. Musik Ich glaube, dass CO2 ein Klimagas ist, das ist richtig. Ich bezweifle aber, dass 100 Prozent der Erwärmung, die wir jetzt in den letzten 150 Jahren feststellen müssten, dem Menschen und dem CO2 zuzuordnen ist. Der Grund dafür ist, dass wir in der Vergangenheit schon häufiger große Schwankungen gehabt haben, ohne dass CO2 eine Rolle spielt. Denken Sie an die kleine Eiszeit, als es bitterkalt in Europa war, die Sonne ihre Aktivität eingestellt hatte und es zu großen Hungersnöten geführt hat. Oder denken Sie an die mittelalterliche Warmzeit, in der es so warm war, dass Erich der Rote und die Wikinger Grönland besiedelten. Das heißt, diese Vorgänge der Schwankungen in der Vergangenheit sind nicht durch CO2 zu erklären. Es gibt einen natürlichen Effekt. Und jetzt ist die Frage, wie groß ist er? Darüber gilt es zu streiten. Und am Ende, wenn ich sozusagen mit meiner These, dass die Erwärmung nur zur Hälfte dem menschengemachten CO2 zuzuordnen ist, hätten wir doppelt so viel Zeit, um uns umzustellen. Wir müssen uns umstellen. Wir werden aus vielen anderen Gründen auch die Fossilen nicht mehr ewig zur Verfügung haben. Aber wir haben sehr viel mehr Zeit, als unser Weltklimarat und die Politik glauben lässt. Ich bin in Greenpeace als ein junger Student in der Universität, mit meinem Ph.D. in Ecologie. Und ich wollte etwas tun, um die Welt zu retten. Denn in diesem Zeitpunkt, die Nukleär-Ware war eine reale Gefahr. Und die Umwelt war wichtig in den 1960er Jahren, als ich da war. Also, ich bin in diesem kleinen Grupp, und wir wurden in Greenpeace. Und ich habe 15 Jahre gegen die Nukleär-Testung und die Nukleär-Ware, um die Hälfte zu verhindern, die Baby Seals, die Toxik-Waste-Dumping in der Meer und der Luft. Und wir haben viele gute Dinge gemacht. Aber 15 Jahre später, ich habe, dass meine Organisation verändert hat. In dem Anfang, Greenpeace hat die Menschen gehalten. In der Ende, sie sagten, dass sie die Menschen der Erde und der Natur sind. Und ich glaube nicht. Ich glaube, dass die meisten Menschen gut sind. Und sie versuchen, zu helfen mit diesen Problemen, der Umwelt und der Gesellschaft. Und so, ich musste, weil sie auch begonnen haben, zu adoptieren, einige Positionen, die ich mit einem Wissenschaftler ausgesprochen habe. Und ich sage, dass die Umweltbunderschutzung, sollte sich auf Wissenschaft und Logik betrachten, wie die Politik, sollte sich auf Wissenschaft und Logik betrachten, auf gute Informationen. Wenn es so weitergehen sollte und wir wirklich aus der Braunkohle aussteigen, wird Mitteldeutschland wie die anderen Braunkohleregionen auch einen wirtschaftlichen Prozess erleben, der einer Talfahrt gleichkommt. Es ist ja bemerkenswert, dass diejenigen, die den Klimawandel als schreckliches Ereignis in den Raum stellen und die verlangen, dass möglichst bald mit der Braunkohlennutzung aufgehört wird, zwar erzählen, es käme neue Industrie, aber wenn man fragt, welche Industrie soll kommen, haben sie keine Antwort. Und es gibt da auch nämlich in Wahrheit eine ganz andere Antwort. Eine Region, die zu teuer ist, was die Energiekosten anbetrifft, wird keine relevante Industrie mehr haben. Man könnte es laufen lassen, man könnte es ignorieren, aber ich glaube, jeder sollte ein Stück Verantwortung haben, seine Kenntnisse, die er im Lauf des Lebens erworben hat, auch dafür einzusetzen, dass es in eine vernünftige Richtung geht. Und wenn auch viele andere auf dem anderen Strom schwimmen oder desinteressiert sind, denke ich, sollte man die Verpflichtung haben, alles Mögliche zu tun, alles, was möglich ist, zu tun, um einen kleinen Baustein zu liefern, dass wieder mehr Vernunft einkehrt in die Klima- und Energiepolitik. Das soll so aussehen, wie wir heute begonnen haben. Leute zu informieren, wir merken, es gibt viele, viele Menschen, die hochinteressiert sind an dem Thema. Es gibt insbesondere hier im Osten viele Menschen, die sich sehr gut auskennen damit, weil sie in der Regel einen naturwissenschaftlichen Background haben. Sie haben nicht Physik und Chemie und Biologie abgewählt, sie wissen, worüber man spricht. Und sie können sehr genau einschätzen, was passiert, denn wir haben Anfang der 90er schon mal einen riesen Strukturwandel erlebt mit dem Zusammenbruch ganzer Industrien und dem Verlust von Arbeitsplätzen. Und wir wissen ganz genau, diese Arbeitsplätze, die jetzt wegbrechen durch einen staatlich verordneten Braunkohleausstieg, werden durch keine Industriearbeitsplätze ersetzt. Das ist illusorisch. Es gibt auch bei den ganzen Projekten jetzt, die im Zuge der Kohlekommission debattiert werden, kein einziges Industrieprojekt, wo Arbeitsplätze geschaffen werden. Wir müssen bis zum Ende dieses Jahrhunderts versuchen, neue Technologien zu entwickeln, die Kohle, Öl und Gas ablösen können. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir eine auch durch die Natur erzeugte Erwärmung zusätzlich haben. Und wenn ich richtig liege, werden wir am Ende dieses Jahrhunderts gerade mal mit 1,5 Grad Celsius rauskommen, ohne dass wir irgendwas getan haben. Das heißt, wir haben mehr Zeit. Und das ist auch die Erfahrung, die wir ja in der Vergangenheit gemacht haben. Wenn Sie eine Energietechnologie ablösen wollen durch eine andere, dann brauchen Sie ein bis zwei Generationen. Das geht nicht in zwölf Jahren. Und in zwölf Jahren, das können Sie sicher sein, geht auch nicht die Erde zugrunde. Diese klimatische Diskussion kam lange, nachdem ich Greenpeace lefte. Aber es gibt keine Werte, dass Carbon Dioxide der Hauptstoffe für alles Leben auf der Erde und dass die Erwärmung von CO2 in der Atmosphäre von Menschen ausgesucht hat, dass die Erde ausgesucht, die Erde ausgesucht, dass die Erwärmung mehr produktiv sind, dass die Erwärmung mehr produziert werden. und dass die Erwärmung mehr produziert werden, Ich komme aus einem Land, wo die Temperatur der Bedeutung ist minus 5 Grad Celsius. Warum würde ich mich über die Welt wärmer sein? Und die Fakt ist, wir sind jetzt in einer Eis-Age. Es nennt sich die Pleistocene Eis-Age. Es ist 2.5 Millionen Jahre seitdem es begonnen hat. Und nur 10,000 Jahre vorhin kamen aus der letzten Glacien, als es viel colder war in der Welt war. Mein Land, Kanada, war in 2-3 Kilometre von Eis. Und ich sehe keinen Grund, warum es gefährlich wäre, für die Erde zu sein, ein bisschen wärmer, für sie zu haben mehr grün und weniger Eis. Es gibt viel Eis auf der Erde, in der Antarktik und der Nordpol. Es ist nicht notwendig, dass es so viel Eis gibt. Nicht viel leben, wo es ist. Ein paar Spezies haben sich auf Eis adaptiert, aber sie waren nicht hier vor dem Eis. Sie sind Spezies, die lernen zu leben mit Eis, wie die Polarbeer, zum Beispiel. Die Polarbeer ist eigentlich nicht eine separate Spezies. Es ist eine Variante der Europäische, die Eurasien-Brown-Beer, die wir in Nordamerika nennen, die Grizzly-Beer, die ist brown. Und wenn die Eis kam, die Grizzly, die Europäische Brown-Beer, machte ein weißer Kind, um in der Eis. Ich verstehe, warum die Leute so kurz in der Zeit, das sie nicht wissen können, dass wir jetzt in einer der coldesten Perioden in der Geschichte der Erde sind. Die letzte Zeit, das war so kurz, war 300 Millionen Jahre. In der letzten Ice Age, das war die Karoo Ice Age. Das ist die Pleistocene Ice Age, das wir in jetzt sind. Und in zwischen diesen beiden, für 300 Millionen Jahre, die Erde war viel greener, lusher, und warmer. Und das Leben hat ziemlich gut durch diese Perioden. Die meisten Menschen nicht wissen, dass Menschen eigentlich eine Tropische Spezies sind. Die einzige Grunde, dass wir in Deutschland, oder Kanada, oder in den colderen Teilen des Weltes ist, dass wir Feuer, Beobachtung, und Beobachtung haben. Otherwise, wir hätten niemals kommen aus der Afrika. Wir hätten wir da, da, weil wir zu Todes fliegen. Und in Fakt, wenn Menschen Angst vor dem Wärmung sind, dann sollten sie viel mehr Angst vor dem Wärmung sein. Denn irgendwo zwischen 10 und 20 Mal so viele Menschen sterben von kaltes Jahr als von Heaten. Es ist sehr rar, dass Menschen von Heaten sterben, aber es ist nicht rar, dass Menschen zu Todes fliegen. Das Hauptthema, was wir eigentlich haben, dass der Staat ohne Not vorgibt, dass hier Industrien geschlossen werden, ohne ökonomische Not. Ich bin Biologe, kann sehr gut einschätzen, wie die Wirkungen auf die Umwelt sind. Es wird ja immer gesagt, wir müssen erstens CO2 entsparen und zweitens die Umwelt schützen. Ich kann beides nicht mehr erkennen. Die Versorgungssicherheit wird stark gefährdet, die Stromkosten sind die höchsten weltweit und die Umwelteffekte sind so gut wie nicht messbar. Eher andersrum, bei Windkraftanlagen sind sie schädlich. Dass der mitteldeutsche Raum so erfolgreich war in den letzten 100, 150 Jahren, was die Industrie, die industrielle Entwicklung anbetrifft, ist in hohem Maße Folge der Tatsache, dass man die Braunkohle hatte. Und man kann sie auch noch Jahrzehnte nutzen, wenn man nur will. Deswegen bin ich sehr betroffen darüber, dass diejenigen, die für unser Land Verantwortung tragen, auf Bundes- und Landesebene, diesen entscheidenden Aspekt einfach wegschieben. Es ist ja wunderbar, wenn die Strukturmittel, die der Bund jetzt bereitgestellt hat, für eine Renovierung des Naumburger Domes oder für Verbesserungen im Rosarium oder andere Projekte zur Verfügung gestellt werden. Das ist ja alles wunderbar. Aber das wird das Thema einer leistungsfähigen Industrie nicht im mindesten Lösen helfen. Und deswegen denke ich, es ist allerhöchste Zeit, dass wir umdenken, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass das CO2 gar nicht das risikoreiche Element ist, über das überall geredet wird, und dass es ganz wesentlich ist, auch für die Fruchtbarkeit und die Welternährung damit. Gut, wir haben einen Ausweg, das CO2 wieder anzufangen durch Bäume. Das ist richtig. Und natürlich haben wir auch etwas gesehen in diesem Sommer und im letzten Sommer, dass die Regenereignisse zurückgegangen sind. Das ist aber nichts Unnormales. Man muss sich einfach lösen von der Vorstellung, dass die Erwärmung auch dazu führt, dass sie automatisch die Erde trockener wird. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn die Erde um 1 Grad, 1,5 Grad wärmer wird, erwärmen sich auch die Weltmeere. Das heißt, es gibt auch eine größere Verdunstung. Es gibt allerdings auch mehr Wolken. Es gibt dann auch mehr Regen. Also es ist eine ganz klare Erfahrung der Klimaforscher. Wärmer heißt feuchter und nicht trockener. Es gibt keine Gefahr auf der Erde, von einer kleinen Temperatur, das ist alles, was wir bisher hatten und alles, was wir bekommen haben. Der Haupteffekt des erhöhtes CO2 ist die Erde's Pläne und sie größer und besser werden. Und das ist eine gute Sache. Wir machen nun leider immer aus einem Wetterereignis von einem oder zwei Jahren dann eine Extrapolation auf die Zukunft und sagen, das wird jetzt ja immer schlimmer. Und ich sage voraus, sie werden in den nächsten zwei, drei Jahren vielleicht auch wieder ganz andere Sommer kriegen, die so verregnet sind, dass alle sich beschweren und sagen, schrecklich, dass dieses Klima sich in dieser Weise wieder darstellt. Yes, we should change one thing. Instead of throwing Plastic in the garbage or away in the rivers or whatever, we should use it to make energy if it's not worth recycling. There are combustible materials in the waste stream, paper, plastic and wood. Some of them can be reused, some of them can be recycled, but not all. Those which cannot be recycled should be burned for energy. And actually you're doing that in Europe. That's why you don't see so much plastic garbage around here, because you're using it for energy. This should be adopted everywhere in the world and then this plastic problem would be gone. Deutschland hat meines Erachtens mehr Zeit als bis 1938 aus der Kohle auszusteigen. Es wäre klug, wenn wir gleichzeitig auch eine grundlastfähige Stromversorgung hätten. Das ist aus meiner Sicht am Ende nur möglich durch Gaskraftwerke. Ich finde es auch richtig, wenn man untersucht, inwieweit wir CO2-Abgase in die Tiefe verpressen können. Etwas, was jetzt die Bundesregierung sogar als wieder möglich erörtert hat. Und ich finde auch, wir müssen offen sein für neue Technologien wie zum Beispiel der Fusionsreaktor, die Fusionsforschung. Also das, was die Sonne wirklich an Energie erzeugt, die Kernfusion auf die Erde zu holen, das halte ich für einen Menschheitstraum, den man in diesem Jahrhundert aber auch realisieren kann. Nein, es sieht nicht düster aus. Das ist ja auch der Menschheit sozusagen ins Stammbuch geschrieben, immer wieder dafür zu sorgen, gegen Fehlentwicklungen vorzugehen. Das ist immer wieder passiert im Mittelalter und auch jetzt. Und wenn die Zeit reif ist und bestimmte Erkenntnisse so weit gereift sind und die Leute auch die Erfahrung gemacht haben mit dem Strompreis jetzt zum Beispiel. Und wenn die Versorgungssicherheit schief geht und wenn die Arbeitsplätze wegfallen, stellen sich mehr und mehr Leute die Frage, warum ist das so und muss das so sein? Ich kann nur hoffen, dass der Ausstieg aus der Braunkohle nicht kommen wird. Ich gehe zwar davon aus, dass die Bundesregierung mit dem Bundestag und dem Bundesrat jetzt entsprechende Beschlüsse fassen wird für das Jahr 2038. Aber ich mache jede Wette, dass schon in den 20er Jahren sich herausstellen wird, dass es insgesamt eine völlig falsche Entwicklung ist und dass man das spätestens in den 20er Jahren wieder korrigieren wird. Man muss es korrigieren. Es sei denn, wie gesagt, man will, dass der mitteldeutsche Raum und andere braunkohleorientierte Räume in dieser Republik eine schlimme wirtschaftliche Talfahrt erleben, so wie das Ruhrgebiet und das Saarland sie erlebt haben und erleben, nachdem man dort aus ökonomischen Gründen aus der Nutzung, aus der Förderung der Steinkohle aussteigen musste. Die Ärmsten vom Durchschnittseinkommen der Bevölkerung her, am wenigsten erfolgreichen Städte und Kreise liegen in den Bereichen, wo früher Steinkohle gefördert worden ist, also im Ruhrgebiet und an der Saar. Sollen wir das auch nachmachen? Sollen wir auch in diese Richtung gehen? Und was ist damit gewonnen? Die Kohle-Lagerstätten, die reichen noch für Jahrzehnte, wenn nicht sogar noch länger. Man muss nur den Mut haben. Ich sage auch ganz offen, es wird in einigen Jahrzehnten zu schade sein, Kohle zu verbrennen. Es ist ein zu wertvoller Rohstoff. Kohle ist ein organischer Rohstoff, die Grundlage der organischen Chemie, also auch der Petrolchemie. Und irgendwann wird es zu schade sein, Kohle zu verbrennen, sondern stofflich umzuwandeln in Erdöl beziehungsweise Erdölprodukte. Und dafür sollten wir sorgen. Man sollte nicht ohne Not ökonomische Bodenschätze aufgeben. Ja, wir haben da gar nichts dagegen, dass im geordneten Übergang auch erneuerbare Energien entwickelt werden. Warum denn nicht? Aber bitte dort zum Einsatz bringen, wo es dann auch tatsächlich sinnvoll ist. Was wir hier passieren, ist eine riesige Subventionsmechanik. Und seit über 20 Jahren werden sie dauerhaft subventioniert die erneuerbaren Energien und kommen nicht in den Wettbewerb hinein. Das kann irgendwann nicht mehr passieren. Das gab es nicht mal in der DDR. Wenn man das einige Jahre anschiebt, auch mit Subventionen, auch mit Technologieförderung, habe ich da gar nichts dagegen. Man sollte sich auf die Technologie jetzt konzentrieren, aber die Dauersubvention, sprich das EEG, abschaffen. Wir haben die größte soziale Umverteilungsaktion mit dem EEG. Alle müssen bezahlen und es fließt wenigen zu, und zwar den Eigentümern und Besitzern und Betreiber der Windräder und der Solaranlagen. Das kann eigentlich nicht sein. Ich empfehle, dass die Hauptveränderung die Deutschland muss machen, ist, zu stoppen, das, 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 Kapitel, der Süßzmittel, für mehr und mehr Wind und Solar Energien, das nicht ist, das eine Siste, das nicht profitabel ist. Wind und Solar Energien sind eigentlich mit Fossilfügel energie e. Sie können sich selbst helfen. Die Säulen nicht die Säulen sind nicht renovate. Die Winde Maschinen sind nicht renovate. Sie müssen sie beinchiedene bis sie sich selbst und vonAM- turning zu relativem und wir können sie mit Windleuerklar. Es ist nicht genug Energie in Wind & Solar Energie, um all diese Infrastruktur zu machen. Wind & Solar Energie sind ein Parasite in der größeren Ökonomie. Wir benutzen Fossil-Fuels, um es zu kreieren. Und dann pretendem, dass es sich selbst macht. Es macht sich selbst. Es macht sich selbst nicht. Es kann nie das tun. So Wind & Solar sind in Wahrheit, nicht zu machen. Die Fossil-Fuels, Nucleuer und Hydro-Elektrischen sind diejenigen, die Geld verdienen. Und die Geld verdienen für das Publikum. Damit wir länger leben. Damit wir vieler leben. Damit wir mehr Freiheit haben. Denn wir haben Transport. Das ist fast alles, was auf Fossil-Fuels. Wie stehst du ein Fahrrad mit Wind-Energie? Du gehst den Fahrrad in einem Fahrrad und der Wind stoppt. Der Fahrrad stoppt. Wir müssen das wieder nachdenken. Ich bin auch nicht gegen Solaranlagen. Ich finde Solaranlagen eine sehr interessante Ergänzung. Sie sind in der Lage, andere Stromquellen zu ersetzen. Allerdings nicht vollständig. Erst dann sind sie vollständiger Ersatz, wenn sie den Überschuss in Batterien speichern können. Das finde ich auch eine weitere Entwicklung. Wir brauchen mehr Ingenieure. Wir brauchen mehr Elektrochemie. Ich halte die Speichertechnologie noch nicht vollständig am Ende. Aber wir werden länger brauchen. Deswegen ist der überstürzte Umstieg jetzt in Elektromobilität eher etwas, was ich mit großer Skepsis sehe. Weil die Technologie ist noch nicht so weit, die Batterietechnik. Ich habe auch nichts gegen Windenergie. Ich habe selbst als Unternehmer Offshore-Windkraft mit entwickelt. Fünf Megawatt-Anlagen in den Nordsee gebaut. Und insofern ist das alles in Ordnung. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Erneuerbaren in Deutschland ein Drittel oder 40 Prozent des Stromverbrauchers ausmachen. Aber zu glauben, dass es 100 Prozent alleine sein, das ist glaube ich zu kurz gesprochen. Nein, weiter so kann es nicht sein. Also erstens Technologieoffenheit. Die beste Technologie soll sich durchsetzen und Deutschland muss aufpassen, sich nicht von bestimmten Technologien zu verabschieden. Man verliert dann auch den Anschluss international und kann auch international nicht mehr mitreden, um die Normen zu bestimmen. Das ist ganz wichtig. Jetzt ist man aus der Nukleartechnik ausgestiegen. Weltweit geht es trotzdem weiter. Deutschland hat aber keinerlei Einfluss mehr, in welche Richtung sich das entwickelt. Zweitens unser ganz konkreter Vorschlag. Bäume sind die Antwort. Bäume speichern enorm CO2. Ein Hektar Wald speichert zehn bis zwölf Tonnen CO2 pro Jahr. Wenn man zum Beispiel, was wir bei der Romonta gestern vorgeschlagen haben, einen Teil der Kosten, die man für CO2-Zertifikate abgibt oder in Zukunft für die CO2-Steuer abgibt, einfach ummünzt in Kompensationsmaßnahmen für Aufforstungs- und Pflegemaßnahmen, haben sie erstens CO2 gespart und zweitens tun sie was für die Umwelt und drittens retten sie sogar noch das Unternehmen und entlasten die Bürger. Ja, wir sind ja dabei. Es gibt ja ein europäisches Forschungsprojekt in Frankreich. Der Fusionsreaktor, der soll in den 20er Jahren fertig sein. Wenn die Erwartungen erfüllt werden, dann werden wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts in der Lage sein, unendlich viel Energie zu produzieren, CO2-frei und hoffentlich auch zu wettbewerbsfähigen Bedingungen. Seid offen für eine Diskussion, geht auch wieder zur Schule und lernt Naturwissenschaften und dann kann man wirklich auf offener Basis diskutieren, was da im Moment passiert, ist ein hysterischer Ablauf ohne Sachkenntnis und ohne offene Diskussion. Und das kann nicht sein, ich kann das sogar nachvollziehen, dass Kinder und Schüler dann auf die Straße gehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, dass die Politik nicht den Mut hat, in die offensive Diskussion mit diesen Kindern zu gehen, mit der Demonstration zu gehen, sondern sagen, wir finden das klasse, macht weiter so, wir richten uns danach. Das kann es nicht sein. Ich merke, dass es einen kleinen Lehreraufstand gibt, gerade in ostdeutschen Ländern, wo die Lehrer sagen, es kann nicht sein. Wenn man sich das Netz anguckt, wird einem schon ein bisschen mulmig, in welche brachiale Gegenbewegung das auch umschlägt. Ich glaube, das können wir gar nicht gebrauchen. Also ich hoffe, dass die Erkenntnis sich möglichst bald durchsetzen wird und der Energievernunft Mitteldeutschland e.V. wird sich auch daran beteiligen. Ich hoffe, dass es bald zu der Erkenntnis kommt, bei denen, die die Verantwortung tragen, dass die Entwicklung nicht so weitergehen darf, wie sie im Moment von der Bundes- und auch der Landesregierung betrieben wird. Diejenigen, die im Moment dort die Verantwortung tragen, werden ja dann, wenn die fatalen Folgen eingetreten sein werden, nicht mehr im Amt sein. Aber es geht mir überhaupt nicht um die in der Politik Tätigen, es geht mir um die Menschen in der Region, um die junge Generation. Und was im Moment geschieht, bedeutet, dass man der jungen Generation ganz wesentliche Perspektiven nimmt, ohne dass es dafür einen ernsthaft und wichtigen Grund gäbe. Da gibt es mehrere Trigger-Momente. Der erste Moment könnte der sein, wenn es in den nächsten Jahren tatsächlich kälter wird und alle sagen, oh, haben wir nicht des Guten zu viel getan. Der zweite Moment könnte sein, wenn in den nächsten Jahren der Umstieg zu schnell passiert und wir eines Morgens aufwachen und keinen Strom für die Kaffeemaschine haben und mit der S-Bahn geht es dann auch nicht weiter, weil wir einen Blackout haben. Das wird die Energiewende dann grundlegend erneut infrage stellen. Wir stellen ja laufend grundlastfähige Kraftwerke ab und hoffen, dass die Nachbarn uns in diesen Zeiten aushelfen. Aber wenn das im Winter passiert und die Franzosen heizen mit Strom und brauchen ihre Kernenergie dann selbst, dann kann das schon passieren, dass es in Deutschland so eng wird wie in diesem Januar. Da haben nur 500 Megawatt gefehlt und dann hätten wir ein Blackout gehabt. Wir standen kurz davor. Ich bin der festen Überzeugung, die fossilen Energien werden nach wie vor einen großen Anteil haben, auch in 30 bis 40 Jahren. Wir müssen unterscheiden Energie- und Stromversorgung. Die fossilen Sachen werden zurückgehen, das stimmt. Wir brauchen aber auch neue Technologien. Ja, und wir sollten uns nicht verschließen, auch der neuen technologischen Entwicklung im Bereich der Kernenergieforschung und Kernenergienutzung da wieder ranzugehen. Es macht keinen Sinn, wenn ringsrum in unser Land Kernenergie genutzt wird und wenn bei uns der Strom alles ist, nehmen wir die Kernenergie. Das ist unehrlich. So was macht man nicht. Germany, one thing, should not shut down its nuclear plants. This will destroy the basis of energy and should not shut down its coal-fired plants. The coal-fired plants, the pollution control, is excellent. They are not polluting the world. And CO2 is not pollution, it is fertilizer. So these coal plants are actually fertilizing the earth. They are feeding the earth with CO2, which is what all the plants in the world are using for their food. And if it wasn't for the plants, we wouldn't be here. Because we are eating the plants to stay alive. And the carbon dioxide which the plants eat comes to us. That is why we are alive is because of carbon dioxide. So all life on earth is because of carbon dioxide. And water in photosynthesis makes sugars, which is the energy for all life. And carbon is the skeleton, the framework for all life. We are made of carbon. And there's no question of this. And that carbon comes from carbon dioxide. All of it. So people need to learn this. Thank you. Thank you again for learning this podcast. Thank you. Thank you. What do you see?